Im Herzen Stuttgarts steht der Bohnertsbau, das altehrwürdige Empfangsgebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Seit nun 100 Jahren dient der Hauptbahnhof den Menschen als Tor zur Welt. In Stuttgart rollt die Eisenbahn seit 1845. Der erste Hauptbahnhof lag in der heutigen Bolzstraße, nahe des neuen Schlosses. Als der Bahnhof trotz Erweiterung dem wachsenden Bahnverkehr nicht mehr gerecht wurde, planten die Stuttgarter einen größeren, 16-gleisigen Kopfbahnhof samt Gleisvorfeld am damals nördlichen Rand der Stadt. Paul Bonatz entschied den Architektenwettbewerb für sich. Seine Vision des Hauptbahnhofs als zentralen Ort für Stuttgart und Württemberg goss er in die Form eines modernen, kubistischen Entwurfes. Die asymmetrische Anordnung verschieden großer und verschieden proportionierter Baukörper erschien damals vielen absurd und fremd. Wilde Diskussionen um Sinn und Unsinn dieser Gestaltung entbrannten unter den Stuttgarterinnen und Stuttgartern. Paul Bonatz gelang es, seinen Entwurf zu verteidigen, wenn auch mit einigen Kompromissen. Schließlich wurde 1914 der Grundstein gelegt. Erschüttert von Leid und Not in Zeiten des Ersten Weltkriegs schritt der Bau nur zögerlich voran. Vor 100 Jahren, also 1922, ging die erste Hälfte des Bahnhofs in Betrieb. Seitdem ist der Bonatzbau für die Stuttgarter das Gebäude des erwartungsfrohen Reisebeginns, des lang ersehnten Wiedertreffens und des Heimkehrens. Der Stern auf dem Bahnhofsturm kam erst 1952 dazu. Mit den Mieteinnahmen dieser Werbeinstallation wurde teilweise der Wiederaufbau des Bonatzbaus nach dem Zweiten Weltkrieg finanziert. Heute, 100 Jahre nach der feierlichen Einfahrt des ersten Zugs in den neuen Hauptbahnhof, geht der Bonatzbau, aber auch die Stadt um ihn herum, in eine Metamorphose. Der Bonatzbau bleibt, wo er ist und wird auch in Zukunft Hauptbahnhof sein. Und doch ändert sich alles. Der Bahnhof wurde am Rand der Innenstadt geplant, direkt vor der alten Stadtmauer. Stuttgart ist in den letzten 100 Jahren gewachsen und hat ihn umschlossen. Heute liegt auch das Gleis Vorfeld in der Stadt. Es nimmt große Flächen von Stuttgart Nord in Anspruch und bildet einen Trennriegel zwischen den Stadtteilen Stuttgart Nord und Stuttgart Ost. Hier wird die Veränderung am sichtbarsten. Mit Stuttgart 21 weicht das Gleis Vorfeld. Neue Parkflächen und Stadtviertel werden entstehen. Das größte Stadtentwicklungsprojekt der Geschichte Stuttgarts lässt den Bonatzbau endgültig in die Mitte der Stadt wandern. Der Bonatzbau wird direkt am Schlossgarten liegen. An seiner Nordfassade wird ein weiter Platz auf dem Dach seiner neuen Bahnsteighalle entstehen. Eine so zentrale und bedeutsame Lage stellt große Anforderungen an den neuen Bonatzbau. Er ist nicht länger ein Gebäude am Rand, das einen Stadtteil beschließt. Er wird zu einem verbindenden Ort aus allen Richtungen erreichbar, zu allen Seiten geöffnet und einfach passierbar. Als Scharnier zwischen Stuttgart Mitte und Stuttgart Nord. Der Hauptbahnhof wird ein Ort zum Reisen, zum Verweilen und zum Mühelosen durchgehen. Diese Philosophie spiegelt sich auch in der neuen Bahnsteighalle, die frei von Prellböcken elegant und effizient als Durchgangsbahnhof in das Netz der Bahne integriert ist. Sie ermöglicht schnelle, direkte Zugverbindungen, die der alte Kopfbahnhof nicht zulässt. Keinen geringeren Anspruch erfüllt der neue Bonatzbau, der mit eleganten Wegeführungen künftig den städtischen Raum erschließen wird. In einer umfassenden Sanierung formt die Deutsche Bahn das Innere des Bonatzbaus neu. Nach außen bleibt der Bahnhof in der Gestalt, die Paul Bonatz für ihn vor über 100 Jahren vorgesehen hat. Im Inneren wird er breit gemacht für die nächsten 100 Jahre und seine Aufgaben als Ort der Verbindung. Die Seele des Bonatzbaus ist die große Wandelhalle. Sie war für Reisende nur im ersten Stock begehbar. Im Erdgeschoss lagen, verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit, Logistik und Lagerräume. Mit der Sanierung wird auch das Erdgeschoss für die Reisenden geöffnet. Dafür wird die Zwischendecke des ersten Stocks große Öffnungen bekommen. Öffnungen, die Tageslicht auf die untere Ebene lassen und die Platz für Treppen und Rolltreppen bieten. Der Kern des neuen Bonatzbaus ist diese weite, zweistöckige Galerie. Dafür wurde bereits ein Teil der Zwischendecke abgerissen. Hier entsteht später die Galerieebene. Mächtige Aussteifungsgerüste stützen die Wände der Halle während der Sanierung. Die acht großen Bögen auf der rechten Seite erinnern auch in Zukunft noch an die acht Bahnsteige des Kopfbahnhofs. Das Erdgeschoss des Bonatzbaus knüpft künftig an die neue Bahnsteighalle an. Es mündet ebenerdig in die Stege über den Bahnsteigen. Das bedeutet, Reisende können künftig von der Schillerstraße bis in die Wandelhalle gehen, ohne wie bisher Treppen steigen zu müssen. Sie können weiter ebenerdig auf die Verteilerstege der neuen Bahnsteighalle gelangen. Bonatzbaus und Bahnsteighalle sind auf Länge der Wandelhalle mit einer Lounge verbunden, die in großen, geschwungenen Öffnungen den Blick auf die Gleise und Bahnsteige freigibt. Der zentrale Verteilersteg führt durch die Bahnsteighalle hindurch in den mittleren Schlossgarten. Er bildet einen öffentlichen Weg durch den Hauptbahnhof. All diese Ebenen des Bonatzbaus und der Bahnsteighalle liegen auf gleicher Höhe wie die Königstraße. All diese Wege sind frei von Stufen. Der erste Stock des Bonatzbaus bindet an den neuen Stadtplatz mit den Lichtaugen an. Als städtebauliche Eröffnung der neuen Viertel unterstreicht der weite Platz die Bedeutung des Bonatzbaus in der Zukunft. Der Platz geht in einem 200 Meter weiten Hang in den mittleren Schlossgarten über. Ein großer, zusammenhängender Raum wird geschaffen, der für seine Besucher zu beiden Seiten freie Sicht auf die Talflanken bietet. Die Vorbauten des Bonatzbaus sind bereits entkernt. Hier war das Intercity Hotel untergebracht. Das Innere des neuen Bonatzbaus wird den technischen Anforderungen an einen Bahnhof unserer Zeit gerecht werden. In den vielen Räumen werden Geschäfte, Gastronomie, Wartebereiche, Reisendeninformationen, Reisezentrum, die DB Lounge und vieles weitere untergebracht sein. Denn dieses altehrwürdige Gebäude bleibt der Stuttgarter Hauptbahnhof. Auch wenn es mit Stuttgart 21 eine neue, moderne Bahnsteighalle bekommt. Die Sanierung des Bonatzbaus, der Bau von Stuttgart 21 und der Ausblick auf neue Stadtviertel statt oberirdischen Gleisflächen geben Stuttgart die Chance, sich neu zu erfinden. Der Bonatzbau als altes, neues Wahrzeichen, als Kulturgut mit Funktion, verbindet Stadträume, verknüpft Fuß- und Radwege, Stadtbahn, S-Bahn, Regional- und Fernverkehr und das alles im Herzen Stuttgarts. Untertitelung des ZDF, 2020